... der Stadt Vienenburg, Astrid Salle-Eltner, den Oberbürgermeister der Stadt Goswalt, Dr. Oliver Junk, den Präsidenten der Klosterkammer Hannover, Hans-Christian Bialas, und alle Abgeordnete bzw. Mitglieder des Europaparlaments, des Bundestages, des Niedersächsischen Landtages und des Rates der Städte Goswalt und Vienenburg. Herzlich willkommen! Und natürlich begrüßen wir auch Sie, die hier auch alle hinter dem Arztverein stehen, nämlich die wichtigsten, die Gäste des Tages in Niedersachsen, denn wir sind Niedersachsen. Herzlich willkommen! Und wie man hier so schön sagt, Glück auf! Und wir brauchen jetzt noch mal einen Riesenapplaus für das Orchester, was Sie gerade eben schon gehört haben, das Polizeiorchester Niedersachsen. Und die Drogens werden jetzt noch einen zur Besten geben, für Spaß, tschuldigung! Das Sitzel ist echt nicht total, denn er Tesal dividide À Kiste ist ja noch regain müssen sofort. Nunenf�, die eigentlich von mir schon wird uns, von 87B-Diritt und ho Marylander ungefähr 30 bis 24 bis 30 bis 35 bis 35 bis 35 bis 25 bis! Das Vennprodukt ist eine éssamee, und das ansch 沒有, 234 bis aggressive lag, der Binnen hierㅋ die Anton Code ist noch nicht nur aufgestanden, undby realizing das Angelegenste� in Niedersachsen Есть, die千este profilesuchte zwischen 6 bis 45 bis 500 replacement, és 2 Bis 500 bis 40 bis 50 bis 50 bis 20 bis! Das Nacht geschwe pets, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020